Ist der wahnsinnig? Geistender. Der kann doch was sagen. Der hat nichts gesagt. Nee, der hat gar nichts gesagt. Thorsten! Hat er nicht nötig, am Funk zu gehen. Hey, Thorsten! Ich bin ja bescheuert, sagt Meier. Schleck, du Mierlinge. Hey, Thorsten, bist du krank? Schleck, du Mierlinge. Ich gebe neige alle Bilder, die hier nach vorne zu kochen wird. Ich habe vollamt zurück. Darf nicht wahr sein. Ich bin nicht da. Der geht nicht mal an Funk. Der geht nicht mal an Funk. Adrie? Ja? Sag mal, hörst du mich? Ja, ich hörst du. Das macht der Idiot. Ja, weiß ich nicht. Ich habe es auch mitgekriegt. Ich habe ihn auch mitgekriegt. Ich habe vollamt zurück. Ich kann nicht. Der ist doch nicht normal. Ich kann nichts machen. Ich habe vollamt zurück. Das war schmalt. Ey, sag mal. Wieso geht denn der nicht an Funk? So was habe ich ja noch nie gesehen. Gratuliert. Was? Wer gratuliert Emden? Das war ja wohl nicht normal. Junge, du kriegst eine Anzeige. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ari, geh nur mal auf Doppelsäbe. Jo. Ja, hört. Der hat doch überhaupt nichts gesagt, oder doch? Ich habe nichts gehört, weil er... Der kriegt jetzt eine Anzeige, die Drecksau. Das sage ich dir. Ist er nicht berührt? Nein, gerade noch so ein Gerück. Aber so ein Arschloch, ne? Denn, Torsten, ich habe die Anzeige. Vorher ist schon kein Möter. Ich wollte es nicht umdrehen. Das hat auch mitgesehen und mitgehört. Das ist die Fragen. Zu mich, an der. Boah, Arschloch, du. Ja, ich bin froh nicht. Ist egal. Ist nichts passiert, aber alles ist normal. Mach mal halt, du Möllinge. Ach ja, ich bin froh nicht.